Der Konsument hat heute eine solche Vielfalt, dass es sehr sinnvoll ist, wenn er die Möglichkeit hat, sich auf Experten zurückzugreifen, die den Betrieb kennen und gute Empfehlungen abgeben. Ich als Jurymitglied muss sagen, ich bin eigentlich vor allem gerne dabei, weil es einfach die Branchen vernetzt. Es ist nicht nur spannend, zu sehen, was die Branche macht, sondern sich auch selber mitzumessen können. Aber ganz wichtig ist vor allem auch der Austausch, der stattfindet. Man hat einige, die wir gefunden haben, gerade vorbeigehen und uns hat einen zum Teil so angesprochen und gefunden. Man hat gerade Hunger. Ich glaube für Konsumenten ist es cool, wenn man so eine Plattform hat, die ein bisschen Überblick über die verschiedenen Betriebe gibt, weil es doch relativ viele Restaurants gibt. Ich habe heute Morgen bereits Betriebe angeguckt und ich muss sagen, doch, die haben eine Einzigartigkeit. Also die Betriebe, die nominiert sind, die haben schon mal alles okay von der Jury und da kann man davon ausgehen, dass es spannend ist und es sich lohnt, in die Betriebe einzugehen.